ok leute onkel mo wieder hier am start ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen brawl stars video ja wir werden versuchen draco auf rang 35 zu pushen wir brauchen zwei games wenn alles gut geht wir haben eine fünfer winger streak joshi am start von sk gaming und wir haben den weltbesten dynamite am start er hat auch zehn accounts rang 35 dynamite ist keine lüge wenn ihr sagt erzählt keine märchen schreibt in die kommentare mo zeig wenn du eier hast dann mache ich das kein problem so zwei games brauchen wir ich würde mich schon mal freuen wenn du ein like da lässt auf dieses video leute ist es gleich ist immer gut für den streamer oder für den youtuber ja dass wir ein bisschen in algorithmus reinkommen würde ich mich freuen zwei games brauchen wir aber brauchst du nicht dazu lassen wenn du bock hast kannst du da lassen ich grüße dein herz wenn du eins da ist wenn ich auch dankeschön zwei games gleich da lassen würde ich mich freuen let's go darf man fragen wer dein overlay macht benny ich habe den besten designer der welt ich habe den besten designer der welt ich habe so krasse overlays du hast die besten noch nicht gesehen das ist noch ich habe noch bessere ich habe noch bessere der heißt beto saurio der heißt beto saurio kommt aus mexiko der kollege ist ein bisschen teuer aber ich sage dir ganz ehrlich wer eine gute qualität hat der hat es verdient teurer zu sein der ist gut der ist einzigartig habt ihr schon 4k punkte geil es geht los heute no joke ich glaube wir haben gefühlt wir haben sieben minuten gewartet wir haben zwei giveaways gemacht okay es geht los ich muss kurz aufpassen doppelt dynamik obwohl ich glaube wir sind gut doppelt dynamik ich glaube wir sind gut oh mein gott nein ach man ey Okay, die haben kein Gadget mehr, ich kann jetzt durchwaschen, ich kann jetzt durchwaschen. Ich wollte noch ein bisschen Ultifarm, ich wollte noch ein bisschen Ultifarm, deswegen. Boah, Digga, das war schwer, das war nicht einfach, no Juke. Boah, Leute, das Game, sorry, ich habe mich auf das Game, das war ein bisschen komisch, das Game, ja. Zwei Dynamics, ich habe gedacht, das ist ein Easy-Win, weil es sind zwei Dynamics, es sind ein Prank, aber irgendwie war das nicht so einfach. Letztes Game für Draco, Rang 35, ja, drückt uns die Daumen, Last Game, Like dalassen, wenn du keins gelassen hast, würde ich mich freuen. Okay, okay, es geht los, wir haben ein Game. Es geht los, es geht los, Leute, drückt uns die Daumen. Ja, das geht los, Leute, drückt uns die Daumen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mike hat es gemacht! Wir müssen rushen, wir müssen sehr aggressiv spielen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020